Ja? 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 Hört nach Power an? Ja, der ist eh schon geschützt, ne? Dieses Glas, alter Schwede, ey. So, mal gucken, ob ich damit auch noch ärgern kann. Ach ne, scheiße. Ich hab aus Versehen... Ne und ne. Da kann nach hinten losgehen, so ne Aktion. Hm? Aber ich hab mal gesagt, ich drehe die Gabine mal. Hahaha. Ja? 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 Ja, das zieht sich doch schon ne kleinen Tick leichter. Ja? 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 Vielen Dank. 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 Okay. Genau. Okay. 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 Das ist so, ich kann das fast genau hin. Das ist so, ich hätte gleich davor hängen sollen. So. 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 Das ist ein Schieter, nicht raus! Also muss man das... Was ist denn das? Da sagt irgendwas, da ist noch was drin, aber irgendwie auch nicht. Der stimmt das wohl nicht, der muss sich mal zu werfen, ich glaube, da ist die Anzeige gut. Das kann man jetzt nochmal testen, dann eigentlich andere noch mal vor. Okay. 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 So, dann stellen wir den Set mal wieder hin, aber so einen brauche ich auch, den muss ich mir selber kaufen. Let's next. Schöne Maschinen, Salja. Schöne Maschinen.